Hi, willkommen zurück zu Pandas. Heute mit Datum und Zeit endlich. Ein bisschen entspannter heute, okay, und eigentlich auch nicht so besonders schwer. Also, wir kennen Datetime schon aus Python selbst. Das setze ich jetzt hier einfach mal voraus. Ansonsten, falls ihr das nicht kennt, bitte einmal kurz das entsprechende Video dazu gucken und weiter geht's. Und wir können einfach diese Datetimes benutzen, um Pandas Datetimes daraus zu machen. Das ist absolut kein Problem. Kann man machen über, Achtung, ich importiere natürlich Pandas als PD wieder mal. Und wir wollen jetzt Datetime Frame, Datetime Frame, ihr versteht, was ich meine. Datetime Data Frame wollen wir bauen, indem wir hier Pandas.toDatetime uns auswählen. Okay, jetzt, was soll in dieses ToDatetime rein? Nun, wir können hier eigentlich relativ flexibel uns aussuchen, was wir hier reinpacken. ToDatetime ist wirklich extrem mächtig. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten, deswegen mache ich jetzt eine ganze Liste an Möglichkeiten rein. Und zwar, sagen wir mal, was nehmen wir denn als erstes? Der 1.1.1970. Das wäre ein Datum, das wir einfach nur als String übergeben. So, das zweite Datum wäre ein NumPy-Datum, was wir hier reinstecken können. Also, ich zeige euch jetzt einfach kurz alle Möglichkeiten. NumPy.datetime, ähm, Date, nicht Datetime, Data, sondern Datetime64 normalerweise. Achso, ich habe NumPy nicht importiert. Hehe, ah, perfekt. Wow, vielen Dank, liebste IDE, dass du schon für mich mitdenkst, obwohl mein Kopf noch irgendwo anders ist. Okay, ähm, was nehmen wir als nächstes Datum? Wie wäre, ups, wie wäre es mit dem 11.11. und zwar 2011? Leider muss man hier falsch rumdenken. Wir sollten vielleicht den 11., äh, den 12.11. nehmen. Jetzt bin ich mir selber gar nicht mehr sicher, wie rum das ist. Das ist diese seltsame amerikanische Schreibweise. Ähm, werden wir gleich sehen, was das für ein Datum tatsächlich wird. Und dann haben wir noch das letzte Datum, was wir hier verwenden können. Nämlich einmal das über Datetime. Also, datetime.datetime. Und, äh, hier können wir natürlich angeben, wie unser Date aussehen soll. Da nehmen wir jetzt mal, ähm, 2021 und zwar 1,2. So, und jetzt haben wir hier drei Daten schon drin. Jetzt printen wir uns das mal ganz kurz aus, das Date-Time-Frame. Ähm, und ja, wir werden gleich sehen, das ist nicht unbedingt das, was wir haben wollten. Aber, es ist ein Anfang. Und zwar haben wir Date-Time-Index. Okay, wie sieht das Ding aus? Naja, es ist eigentlich eine Series, wenn wir es uns genau mal angucken. Es ist sowas ähnliches wie eine Series. Ähm, und sehen wir das hier vielleicht? Okay, schade. Ähm, wir haben hier, wie gesagt, Date-Time-Index. Einmal den 1.1.1970. Einmal den 11.12.1990. Ja, wir sehen, wir haben immer noch nicht so ganz draußen, was davon jetzt der Tag ist und was der Monat ist. Das heißt, was ich jetzt mache mit euch ist einfach der nächste Schritt, um das klarzustellen. Und zwar können wir natürlich auch ganz einfach hergehen und wir sagen, hey, wir wollen in unserem Date-Time-Frame mehrere Tage drin haben. Wir wollen einfach drei Tage, vier Tage, fünf Tage, eine Woche hintereinander haben. Und zwar pandas.date-Range. Wir wollen eine Date-Range haben. Und die Date-Range, die können wir jetzt hier einfach angeben. Übrigens, wir müssen das Ganze nicht über dieses Format hier reinpacken. Aber wir können auch 2000 und, was haben wir, 21. Ähm, und heute ist, ach, egal was heute ist. Ähm, machen wir einfach mal 1.2. Dann sehen wir es direkt. Und zwar mit einer Periode, Periods, von sieben Tagen. Wir haben ja gesagt, wir wollen, ähm, wir wollen sieben Tage haben. Jetzt gibt es aber mehrere Perioden, wie ihr wahrscheinlich merkt. Ähm, und zwar Date-Range. Ich zeige das mal ganz kurz. Ähm, wir haben hier eine Periode, die jetzt uns sieben Tage hier, ähm, übergibt. Also, das heißt, wir fangen an beim zweiten Ersten. Das sehen wir jetzt hier. Danach kommt der dritte Erste. Danach kommt der vierte Erste. Fünfter Erste. Sechster Erste. Siebter Erste. Achter Erste. So, ähm, das ist schon mal ganz geil. Wir haben hier eine Frequenz von Tagen ausgewählt. Das ist sozusagen jetzt das, was wir automatisch hier drin haben. Wir können aber auch die Frequenz ändern. Also, wir sehen, wir, wir haben jetzt hier jeden, also jeden Tag als einen Tag betrachtet. Wir können hier aber auch hergehen und die Frequenz auf Stunden setzen. Das heißt, wir sagen hier zum Beispiel, ey, yo, gib mir sieben Stunden von diesem Tag. Und dann fangen wir eben an um 0 Uhr, weil wir ja nicht mehr eingegeben haben, 0 Uhr. Dann gehen wir auf 1 Uhr. Dann gehen wir auf 2 Uhr. 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr und 6 Uhr. Damit haben wir sieben Perioden, auch wenn es nur genau genommen 6 Stunden sind. Also von 0 bis 6 Uhr sind es ja nur 6 Stunden. Achtet darauf, dass es hier sieben Einträge sind. Nicht unbedingt sieben, naja, sieben volle Stunden halt. Also keine 8 Einträge. Okay, wir können selbstverständlich auch auf Sekunden gehen. Das zeigen wir mal ganz kurz. Sekunden wäre das. Dann können wir uns Minuten generieren, obviously. Und tadaa, wir haben Monate bekommen, weil M fängt, so fängt auch der Monat an und nicht unbedingt nur die Minute. Übrigens bekommt man hier witzigerweise auch nicht den 2.1. als Tag, sondern wir fangen einfach an mit dem Januar sozusagen und nehmen dann den Februar, dann den März. Es ist uns völlig egal, welcher Tag vom Januar das ist. Ich könnte hier sogar den 1.1. eintragen und ich würde bekommen den 31.1. in jedem Fall. Und danach bekomme ich eben den 28. Zeit, den 31.3., also quasi immer den letzten Tag des Monats. Und wir sehen auch hier wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 7 Perioden heißt 7 Monate, die hier eingetragen sind. Was vom 31.1. bis zum 31.7. natürlich keine vollen 7 Monate sind. Aber ja, vielleicht ganz interessant. Die Frequenz an sich kann man hier mal nachgucken, wenn man hier draufklickt. Steuerung und dann klicken ist übrigens immer das Keyword. Und hier sehen wir, was es überhaupt alles gibt. For Reference, also hier steht quasi die Referenz. Der Standard ist Tag. Tag und man kann sogar solche Format-Strings machen, wie 5 Stunden. Und man kann mehr erfahren über die Time-Series.Offset-Aliases, okay? Das heißt, wenn ihr irgendwas braucht, Time-Series.Offset-Aliases. Naja, googeln wir das mal. Und nach einer kleinen Suchanfrage sehen wir hier, oh, wir haben hier unten erstmal GitHub. Das ist schon mal eins, aber noch viel besser als Stack Overflow. Übrigens, das ist so ziemlich die beste Quelle, die man immer finden kann. Hier finden wir quasi direkt verlinkt, was es alles gibt. Also Offset-Aliases sind hier B für Business Day, C für Custom Business Day, D für Kalendertag, W für Woche, M für Monatende, SM für Semimonat, also dass wir quasi am 15. sind und so weiter und so fort. Ihr könnt gerne mal kurz pausieren, falls ihr hier irgendwas braucht. Wir können sogar mit Nano, Mikro oder Millisekunden arbeiten. Wenn wir übrigens die Minuten haben wollten, dann hätten wir hier entweder ein T oder Min angeben müssen, wo wir dann sozusagen darauf gegangen wären. Es gibt sogar so ganz komische Sachen wie Business Quarter Start Frequency oder sowas. Aber gut, das ist im Endeffekt für euch alles machbar. Also das heißt, wir können hier uns aussuchen, was wir haben wollen. Wir nehmen jetzt hier mal wieder die Minuten und schreiben hier mal Min rein. Und wie gesagt, wir können hier sogar noch mehr machen. Also wir müssen nicht die Minuten nehmen, sondern wir können auch einfach 5-Minuten-Takt nehmen. 5-Min. Hätte man auch eigentlich fast intuitiv drauf kommen können. Das heißt, wir fangen hier bei 0 Uhr an und gehen hier im 5-Minuten-Takt 1 weiter. Super praktisch. So, da wir ja normalerweise eine deutsche Schreibweise haben, würde ich es bevorzugen, wenn wir diese Schreibweise hier haben. Und zwar der erste, sagen wir mal der erste, nee, sagen wir der 13.12.2021. Okay, das wäre dann sozusagen ein Tag. Und wenn wir das so eingeben, dann wird uns das auch richtig ausgegeben. Leider wird hier allerdings automatisch das Ganze wieder umgewandelt in diese Schreibweise zurück. Also das heißt, bei Pandas könnt ihr zwar das Ganze über diesen String hier auch eingeben. Das funktioniert. Das ist quasi die deutsche Schreibweise dafür, für Tage. Und andere Leute haben andere Schreibweisen. Aber ihr könnt das nicht ohne weiteres hier drin auch in dieser anderen Schreibweise haben. Falls es hier mal Schwierigkeiten geben sollte, gibt es eine Variable, die nennt sich, ah, die gibt es hier gar nicht sogar. Hier oben gibt es eine Variable, wenn ihr das erstellt. Also, ich mache das nochmal ganz kurz hier. Date Time Frame ist gleich Pandas to Date Time. Das hat eine Variable. Nehmen wir jetzt einfach mal eine Liste aus Tagen. Sagen wir mal der, was habe ich gesagt, der 13.12.2021. Und wir sagen hier, okay, mach das mal. Und dann kommen wir, ups, da fehlt das Komma. Dann kommen wir vielleicht in diese Bredouille hier. Nein, kommen wir nicht in diesem Fall. Es hat wunderbar funktioniert. Wir sehen aber hier, das wird wieder zurückgewandelt. Wenn wir jetzt hier allerdings noch den zweiten Part reinpacken. Und hier haben wir dann zum Beispiel den 13.12.2021, warum man auch immer das machen sollte. Das geht zumindest. Dann sehen wir jetzt hier, selbst das funktioniert, wird aber automatisch als das andere Datum erkannt. Also quasi, es wird automatisch wieder rüber transportiert. Es gibt hier noch eine Flag, die manchmal sinnvoll ist. Und zwar Day First gleich True. Ah, damit man zuerst den Tag ausliest. Und dann bekommen wir trotzdem diese Ausgabe hier. Also es ändert in diesem Fall nicht wirklich was. Falls ihr irgendwann mal Schwierigkeiten damit bekommen solltet, ich hatte schon sehr lange keine Schwierigkeiten mehr damit, dann wisst ihr, Day First gleich True ist auf jeden Fall ein Lösungsansatz dafür. Und ja, 13.12. So, machen wir es mal andersrum. 12.13, machen wir das mal so rum. Dann sehen wir hier, bam, selbst das wurde richtig erkannt. Was passiert denn, wenn wir hier Day First rausschmeißen? Kriegen wir trotzdem dasselbe raus. Also es hat überhaupt keinen Einfluss aktuell gerade. Tut mir leid, ich dachte, das wäre noch ein bisschen einflussreicher. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Fragt mich bitte nicht, warum jeder Mensch auf dieser Welt sein Datum auf eine andere Art und Weise darstellen muss. Aber ja, es gibt Menschen, die tun das halt. So, jetzt habt ihr natürlich, gerade wenn es um Programmieren geht oder generell das Automatisch erstellen, dann habt ihr öfters mal die Situation, dass ihr vielleicht in die Bredouille kommt und es ist halt nicht unbedingt ein schön formatiertes Datum. Vielleicht habt ihr es als UTC-Time-Send. Klar, natürlich, es gibt in Date-Time genug Möglichkeiten, das Ganze rückwärts zu machen. Aber teilweise habt ihr natürlich, sagen wir mal, in einer Tabelle eine UTC-Timestamp-Line drin, sozusagen. Das heißt, irgendwo sind dann halt alles als Zahlen einfach nur angegeben, wann die Accounts zum Beispiel generiert wurden und nicht als Datum. Das kommt vor und natürlich wäre es dann doof, alles von Hand zu machen. Deswegen kann man hier auch von pandas eine Funktion verwenden, die übrigens deutlich schneller ist als die Python-Funktion. Und man kann hier pandas.toDateTime verwenden, selbstverständlich mit den Klammern auch wieder. Und wir packen hier einfach mal eine UTC-Timestamp hier rein. Das ist jetzt allerdings, Achtung, wir gucken uns mal an, was passiert. Das wäre jetzt der 1.1.1970 um eine Sekunde und ein paar Nanosekunden. Das wäre die UTC-Timestamp basierend auf Nanosekunden. Das ist das Problem an der Sache. Wir haben aber nicht immer Nanosekunden. In dem Fall waren das Sekunden. Ich habe gerade eben mal kurz nach der Uhr geguckt, nach der UTC-Timestamp-Uhr. Und das kann man übrigens ergoogeln. Wenn ihr das hier allerdings nicht als Nanosekunden haben wollt, was ihr wahrscheinlich seltenst mal haben wollt, weil wenige Uhren sind in Nanosekunden genau, dann habt ihr hier die Möglichkeit, eure Einheit anzugeben. Also wir können hier sagen, ich hätte ganz gerne das ganze Ding in Zeit gemessen, also in Sekunden gemessen. Dann kriegen wir den 9.7. Das ist tatsächlich heute um 9.44 Uhr. Das ist nicht ganz richtig. Das war eine andere Serverzeit um 20.21 Uhr. Aber ja, ihr seht, das wäre die Timestamp in Sekunden. Millisekunden geht selbstverständlich auch. Brauchen wir hier allerdings zwei Nullen mehr, damit das ganze Ding auch funktioniert. Und wir sehen, tadaa, wir haben immer noch ein falsches Datum, weil ich eine Null vergessen habe. Ja, kann noch vorkommen. Okay, wir haben also hier immer noch dasselbe Datum, nur halt jetzt in Millisekunden statt in Sekunden. Wow. Und offensichtlich sehen wir hier, dass wir Faktor 10 hinter 1975 hinten dran sind. Aber gut, ich meine, wie gesagt, man misst ab dem 01.01.1970 diese UTC Timestamps. Ja, es ist halt so, ne? Wenn ihr Daten vor 1970 haben wollt, dann, also zum Beispiel Geburtsdaten oder sowas, dann solltet ihr die niemals mit UTC Timestamps speichern. Das kommt nur sehr, sehr komisch. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob das funktionieren würde. Wir probieren das jetzt einfach mal aus, okay? Wenn wir hier einfach Minus den Teil haben. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob es das kann. Ja, doch, das geht. Tatsächlich kann man mit negativen UTC Timestamps arbeiten in Pandas. Das habe ich tatsächlich davor noch nie probiert gehabt. Ähm, funktioniert offensichtlich. Also, wenn ihr negative UTC Timestamps habt, go for it, okay? Macht, was ihr wollt mit den Dingern. Selbstverständlich kann man noch sehr viel mehr mit Date Times machen. Und das wollen wir uns dann auch im nächsten Video angucken. Ich glaube, für heute reicht es aber erstmal. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.